Grüß dich, ich bin Vanessa bei Teamleiterin Logistik in der Sergo Oberbib. Ich habe im 15. Jahrhundert hier meine Lehre angefangen und nach Abschluss im 2018 habe ich mit der Weiterbildung fortgefahren als Berufsbildnerin. Nachher wollte ich mich als Teamleiterin einsetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe diverse Weiterbildungen gemacht, um Mitarbeiter zu führen. Und die letzte ist Coach gewesen. Mein Team besteht aus drei Festangestellten und einem Lernenden. Wir sind zuständig dafür, Kundenbestellungen zu rüsten, einpacken und versenden. Das Inventar steht auch jedes Jahr an und die allgemeinen Lagerarbeiten. Unsere Priorität ist die Kundenzufriedenheit und ein Päckchen rechtzeitig beim Kunden sein. An meinem Job gefällt mir am meisten die Abwechslung, die ich habe. dass ich mit den Ersatzteilen hantieren kann, dass ich die körperliche Bewegung habe. Aber auch, dass ich Arbeiten am PC verrichten kann, wie Wareneingänge, Retouren und Inventarlisten bearbeiten. Ich arbeite gerne bei Sergo, weil es sehr abwechslungsreich ist und es gibt extrem viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich schätze sehr, dass mich der Arbeiten dabei unterstützt. Ersatzteilen Ersatzteilen Untertitelung des ZDF, 2020